Neu eingetroffen in ihr Leben steht ein wunderschöner M3 Competition aus dem Jahr Oktober 2022 mit 510 PS. Das Fahrzeug ist unfallfrei, nachlackierungsfrei, 58.000 Kilometer gelaufen, lückenlos Check-Off gepflegt bei BMW. Die letzte Wartung war bei 49.000 Kilometern. Komm, guck uns das Fahrzeug einmal im Detail an. Wir haben BMW Laserlicht, 63 Grad Kamera, was wirklich sehr, sehr selten ist, sind die Magnesium-Leichtmetall-Felgen. Hat schon das Live-Cockpit, Carbon-Exterieur-Paket, Carbon-Interieur-Paket, Schiebedach, Sportabgasanlage, die wunderschönen M-Sportsitze, die natürlich auch beleuchtet sind. Das Fahrzeug hat noch eine Werksgarantie, ist aus Oktober 2022 Erstzulassung, 3 Liter, 6 Zylinder, hat einen Neuwagenpreis gehabt von über 114.000 Kilometern, 3 Zonen Klimaautomatik. Ihr könnt ja gerne einmal in den Kommentaren erraten, wie die Farbe heißt. Und hier im Heckbereich haben wir auch einen Mini-Heck-Spoiler, was Carbon ist, 4 Endrohre. Wir machen kurz einen Soundcheck, der hört sich wirklich echt schön an. Hamann Cardone Soundsystem. Ich steig einmal. Ambientenbeleuchtung. Ich finde ja, dass BMW damit sehr spät angefangen hat, mit dem durchgezogenen Cockpit. Also wirkt sehr, sehr hedel, sehr dünn vor allem, sehr aufgeräumt. Das Live-Cockpit ist sehr schön. Auch hier Carbon-Interieur. Sofort verfügbar bei uns, unfallfrei, nachlackierungsfrei, hat noch eine Herstellergarantie. Und was soll er kosten? Yo, Head-Up-Display. Bevor wir das vergessen, der hat natürlich auch Head-Up-Display. Und was soll er kosten? 79.950 Euro. Falls du den gerne finanzieren möchtest, bieten wir noch für eine kurze Zeit über die Santander eine 0%-Finanzierung an. Es ist eine Beteiligung da vorhanden, damit ihr die 0% drehen könnt. Ihr könnt uns gerne anrufen. Wir erklären euch, wie es funktioniert. Eventuell hast du noch ein Fahrzeug, den du gerne als Inzahlungnahme abgeben möchtest. Und den werden wir zum Bestpreis aufkaufen. Und was sehr wichtig ist, es steht nicht im Kundenauftrag. Sind unsere Fahrzeuge, darauf solltet ihr auch achten. Und wenn ich jetzt dein Interesse geweckt habe, rufst du an oder kommst am besten vorbei. Falls du zum ersten Mal dieses Video anguckst, lass ein Follower da. Es gibt coole Contents hier. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Und man sieht sich beim nächsten Video. Ciao.